Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zu Assassin's Creed Origins. Wir kümmern uns hier ein bisschen um einen Hauptmann, der versucht hat, einen ägyptischen Bauern auszupressen. Das geht natürlich gar nicht klar, deswegen schnappen wir uns den Kerl. Ich wollte plündern. Was ist denn jetzt los? Wo, 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 hat mich gerade jemand mit dem Pfeil erschossen? Habe ich schon mal erwähnt, dass mich das sich erschwert, echt gar nicht. Ähm, beeindruckend. Vielleicht. Vielleicht. Da wollte ich einmal das Sichelschwert ausprobieren und... Ist kacke. Also bis jetzt erscheint mir die Waffe echt viel zu langsam. Vielleicht macht die wenigstens gut Schaden. Ja. 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 Äh, was? Achso, das Ritual Aber er meint ja, er würde bald zurückkehren Er geht doch gar nicht weg, oder? Diese Perücken sind so... Bäh Shadia, mein Lotus No other will suffer as you did I swear it Goodbye, my little tadpole Swim forever free Ach, Mensch So, theoretisch Haben wir auch noch die Feuer von Dionysias Der Kampf für das Fayum Haben wir hier auch Ähm Ja, darum sollten wir uns wahrscheinlich mal kümmern Sprich mit Hote Fress Machen wir direkt Dann haben wir schon mal hier stehen It is true The soldiers were only the beginning We have to deal with this commander We need more information How far does the corruption go? It may rise as far as Ptolemy's inner circle We cannot trust any Philakitaid We cannot do it alone We need Fayum Most of the farmers will not talk for fear of the soldiers But they are angry It will not take much to convince them Let me talk to that farmer The captain was threatening I will spread the word Okay Lassen wir diesen Farmer hier mal Den Bauern Aus dem Schlaf Ach, der schläft gar nicht Der kümmert sich hier um Sein trockenes Feld Nebed-Henud took a big risk I appreciate what she did But it won't change anything Wir werden sehen I must keep working I've got a stack of fires to light Let me help them Okay Er hat sich gerade selbst mit angezündet Nicht lustig Ja, die Asche Sunkt an dem Boden Aber sie ist halt wie eine Wie ein Buschbrand in der Natur Noch nicht Out of rest means satisfied in our tongue But he never was He soon left us to the hyenas and crocodiles Yet crocodiles may still be defeated The captain is no more Rise, Seinni Spread the word You defeated the captain? Wow You are a madman Okay If you are willing to do this I will join you I will spread the word, Seinni Seine Reaktion war ein bisschen komisch Er ist so Du hast den Captain getötet Du bist ja vollkommen wahnsinnig Da hätte ich ja gedacht Dass er jetzt irgendwie abtaucht Aber nein Ähm Das hat ihn vollkommen überzeugt Er arbeitet gerne mit Wahnsinnigen zusammen Und hält es Ihre Pläne für gute Ideen Ha Ach man Eigentlich wollte ich hier direkt Ich hatte mir es so schön vorgestellt Von der Statue aus Einfach so Direkt hier rüber Aufs Dach zu springen Hat leider so Überhaupt nicht funktioniert Da sind wir nämlich wieder I did not know things were this bad I mean I knew there was trouble Just Not like this This is my fault I did not want the responsibility Here in Fayum The inheritance was forced on me I wanted to stay on my ship The adventure Now I realize Giving up is a choice And I Am still alive They must be in the villa Take the back You Come with me Soldiers Where are you Malachia Calm down We need a talk Looks like the choice Has been made for me Come brother Let us talk to them With our swords I have got your back And it is good to have you back Brother Das war einfach Hey you fight well for someone retired I am not old yet I can see that But it will not be enough The soldiers will come in greater numbers now I inherited more than a strong sword arm I will hire a private army if I need to I might have a better idea Bayek Could you accompany me on a short journey Ja klar I am ready Let's go You two make a good team Hotefres has lost none of his fire Ja Ich finde auch Hotefres hat richtig gut gekämpft Where are we going? There is a rebel camp nearby It is to the east of here By fault of the Bastos We are going to meet you Demo So Mal sehen ob das was wird hier So Das nehmen wir mit Ja voll Das war voll daneben Ja wir sollten echt Keine Zeit verschwenden Glaube ich Aber Rebellen helfen Ist ja auch Echt keine Zeit verschwenden So Sonst noch jemand hier? Ja da hinten scheinbar Okay das sind hier echt ein bisschen viele Ich weiß nicht wie die Rebellen sich das vorgestellt haben Ja gut Ähm Jetzt haben wir hier mal ein bisschen ausprobiert Unser sicher Schwert Es ist nicht so gut Hacke Halt 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 Ich hab noch mehr Halt Ich hab noch Ich hab noch Nein Rebellen Wir haben sie mit ihnen nicht An die Raff von Alexandria Alexandria ist kein Einziger für mich Im Mejai Einziger Da haben wir es also. Wir mögen alle Rebellen. Ah, und schon sind wir in Herakleon. Ja, dann bleib doch nicht hier so dumm stehen. Überall Rebellenlager. Wir laufen doch wohl nicht etwa von hier aus, oder? Tja, dann bitte. Du, ich habe Zeit. Ja, das sehe ich genauso. Auf geht's. Das Spiel ist manchmal... Also in diesen Situationen ist es echt. Die steigen irgendwo ab und dann bewegen die sich dreieinhalb Stunden nicht. So, da ist es dann. Ja, da hast du recht. Hallo, liebe Rebellenfreunde. Wie geht's euch? Wie kann man denn so ein Pack einfach hier im Spiel lassen? So, ich nehme mal das Pferd hier weg. Vielleicht bleibt sie da eine ganze Zeit, scheinbar. Ja, ich war ja auch schon gerade da, habe uns angekündigt. Ich bin Henut. Ich habe ein Wort von Philadelphia, dass wir kommen müssen. Wir brauchen deine Hilfe. Du hast deine Zeit. Sorry, wir können nicht helfen. Wir können nicht helfen. Wir können nicht für ein Charity. Wir können uns aufhören. Wir können Essen, Supplies und Informationen geben. All wir brauchen in return ist Unterstützung für unsere Menschen. Ich habe gesagt, wir können nicht helfen. Soldaten haben unseren Liedern da oben in der Dam. Dann vielleicht können wir dir helfen. Das ist Bayek of Siwa. Du bist Bayek of Siwa? Wir waren gesagt, was du in der Arena getan hast. Die Galak-Brothersen zu schlagen wie ein Madman. Und ich glaube, heute, ich spiele die Madman wieder. Ja, alle mögen den Wahnsinnigen Bayek. So, rette den Anführer der Fajum-Rebellen. Dort unten wird er gefangen gehalten. Ich schaue mal gerade auf die Karte, wo wir hier... Aha, Fragezeichen. Ja, da ist der Damm. Okay. Das Ding da können wir auf den Weg hochnehmen. Darum gibt es Pelz zu erjagen. Okay, gut. Kümmern wir uns erst mal um das Ding hier. Gibt es ein Signalfeuer? Ja, da gibt es ein Signalfeuer oben auf dem Turm. Damit werden wir dann wohl anfangen. Und mal gucken. Vielleicht können wir da, wie es aussieht, eine Menge von den Typen im Schlaf ermorden. Ja, ich weiß, das ist nicht nett, aber... So sind wir halt. Nicht nett. Ja. Ach, der steht gerade auf. Wie ungünstig. So, den lasse ich einfach hier liegen. Vergifte ihn. Oh. Der hat mich gesehen. Niemand wird hier irgendwelches Feuer anzünden. Ich kam da hinten aus dieser Ecke einfach nicht raus. Ich wollte eigentlich nach vorne wieder zurückrollen. Hat überhaupt nicht funktioniert. So, eigentlich hätte ich ja nur... Ich meine, ich war ja schon in der Zeit des Kommandanten und so... ...den Schatz da mitnehmen müssen. Und dann wäre ja eigentlich alles geregelt gewesen hier. Wir müssen da später wahrscheinlich eh nochmal rein. Deswegen hier kurzer Ausflug und das war's dann. Wo ist denn der komische Schatz hier? So, und dann sind wir rein raus, ohne dass jemand irgendwas gemerkt hätte. Ja. Moment mal. Du musst... Ach, das ist nur ein Eingang? Nee. Doch nicht. Glück gehabt. So, was haben wir hier noch? Da haben wir noch ein Fragezeichen, den Damm. Okay. Als nächstes ist also der Damm hier unser Ziel. Da lassen wir Senu am besten auch einmal drüber fliegen. Damit wir sehen, was da abgeht. Okay. So, da haben wir ein Feuer. Sehr gut. Schatz liegt oben auf dem Turm. Da ist der Hauptmann. Gelangweilte Torwache. Das Ding ist nicht so gut verteidigt, wie ich dachte. Also sogar überhaupt nicht so gut. Außerdem, hier mal direkt eine Rampe bereitgestellt für uns. Ich weiß auch nicht was. Aber irgendwas wird schon. Oh, da hinten gibt es eine Schriftrolle. Die sollte ich mich vielleicht auch interessieren. Lol. So, dann wäre ich die beiden da wahrscheinlich auch nicht so einfach fertig. Äh, los. Ihr wisst schon. Deutsch. Genau mein Ding. Ach, hier gibt es gar nichts zu plündern. So, hier haben wir eine Schriftrolle. Belobigung vom Normarchen des Fayum. Durch Potpilomäus des 13. Gnade und eure harte Arbeit steht dieser Damm nun felsenfest gegen die Wüste. Millionen sind auf die Höfe des Fayum angewiesen und die Bauern des Fayum waren auf euch angewiesen. Ihr habt es vollbracht und ich lobe euch für eure Mühen. Reichtum für alle Kultur, für alle Sicherheit, für alle. Ja, an dieser Stelle machen wir beim nächsten Mal weiter. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen und wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.